Herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Folge. Ich habe echt gar keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Was kann man hier machen? Gar nichts? Gar nichts. Der Lichtschirter ist wieder an. Fällt mir jetzt erst auf. Wir haben in der letzten Folge Ada Wong getroffen. Also Ada heißt sie eigentlich, aber man weiß, dass sie Ada Wong heißt. Und wir haben hier jemanden gefunden, einen Reporter, der was aufdecken wollte. Was genau, weiß ich jetzt gerade nicht. Der weiß anscheinend sehr viel über diese Zombiesachen und der ist dann, ja, gestorben. Und wir müssen jetzt Schaltschrankschrauben holen. Was ein scheiß Wort. Und ein paar, also einer ist wohl hier und der andere ist im Uhrenturm. Ja, das wird lustig werden. Vor allem, wenn wir jetzt wieder in den Zwinger müssen. Das ist halt mein Problem. Also, wenn da Hunde sind. Oh nein, die leben ja auch wieder. Warte mal. Habe ich nicht noch ein Messer? Habe gar kein Messer mehr. Scheiße. Scheiße. Das ist natürlich doof. Ein nicht entwickelter Film. Einfach durchlaufen. Okay, hier ist keiner. Perfekt. So, Kurbel. Let's go. An der Kurbel dürfte jetzt kein Haken sein. Genau, weil einmal können wir die, glaube ich, noch benutzen. Wir haben gar keinen Platz mehr, wa? Nee, nicht wirklich. Verpacktes Elektronik-Teil. Also, da schmeiße ich lieber den Film für raus. Weil, ich brauche den, glaube ich, gar nicht. Spinnt in 3. Ach, Moment. Ich verstehe, doch. Die Filme brauchen wir. Oh, was nehmen wir denn dann weg? Kann man das rein theoretisch fallen lassen? Nee, kann man nicht. Aha, okay. Das geht auch nicht? Nee, das geht auch nicht. Ich würde einfach mal gucken, ob er noch irgendwo ein Gegner ist. Da würde ich nämlich die Flashbang benutzen. Was ist das eigentlich da die ganze Zeit? Kommen da die Hunde durch? Warum speichert es jetzt oben? Okay. Hm, gut. Da würde ich mal sagen, schmeißen wir was raus. Schmeißen wir mal die Pflanze hier raus. Komm. Wegwerfen. Brauchen wir nicht. Weg damit. Kann man die wieder aufheben? Nee, das ging ja nicht genau. So, erstmal untersuchen. Ein kleines... Ah! Oh, ein Elektronik-Teil. Stimmt. Das ist ja das, was wir brauchen. Ich vollhorst. Ah, was können wir jetzt hier dran machen? Ah, wir müssen das... Ja, ich verstehe. Nee, warte mal so. Oh, ich habe ein Trophäe bekommen. Es waren aber drei. Huh. Es waren aber drei. Oh, ich kann keine Heilpflanze mitnehmen. Och, nö. Wo ist denn hier auch überhaupt mal irgendwo ein Raum, wo ich was weglegen kann? Gibt es gar nicht hier gerade, ne? Irgendwie. Scheiße. Scheiße. Und da muss ich raus. Ich habe einfach nicht mehr Muni. ranne, Leon. Wow, lauf. Scheiße, ich hab nix mehr. Nein, 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 nein. Oh. Oh, oh. Ich muss mich mal kurz heilen. Nehmen wir das hier. Perfekt. Huh, jetzt hätte ich die Heilpflanze mitnehmen können. Egal. Ja, wir sind wieder in der Polizei, Dings. Von wem, dann kommt die gar nicht mehr zurück. Was ist denn das für ein Bullshit, ey? Was wir warten, im Pausenraum gibt es eine Kiste. Ah ja, hier ist ja ne Schreibmaschine. Hier ist ja ne, hier ist ja quasi alles, was man braucht. Okay, Mac-Munition, alles klar. Aber ich werde es eigentlich in der Kiste haben. Hier ist keine Kiste? Da ist sogar ein Elektro-Teil. Oh, hier ist eine Kiste. Oh ja, Gott sei Dank. Elektronik-Teil kann verstaut werden. Der Film kann verstaut werden. Ähm. Verstauen. Verstauen. Kann auch weg. Gott sei Dank, ey. So, was brauchen wir aber eigentlich? Messer nehmen wir mal nochmal mit. So, ich gucke mir nochmal die Filme an. Darauf steht Erinnerung. Ich weiß, dass man Filme, glaube ich, ähm, im Schwarzbecken irgendwie, äh, was machen kann mit. Irgendwie so in der Art war das. Bin ich nach der Meinung. Ich glaube, den... Ah, den Schlüssel behalte ich mal noch. Okay, perfekt. Ja, Pistolenmunition. Gott sei Dank, ey. Untersuchen. Pausenraumflur-Sicherheitstür. Ich hätte mal alles immer so ein bisschen, äh, hier untersuchen müssen, wa? Pausenraumflur-Sicherheitstür. Die hier? Ja, wo ist der? Weil das ist ja die Tür, wo der eine zerfetzt wurde. Also nehme ich die noch mit. So. Kann weg. Obwohl, warte mal. Hochwertiges Schießpulver möchte ich doch ganz gerne... Obwohl, beides macht gar keinen Sinn, weil dann mache ich ja Mech-Munition, von der ich... Ich hab ja noch nicht mal... Ne? Das macht also auch noch keinen Sinn. Gut, speichern wir erst mal. Puh. Mensch. Das Spiel ist schon echt geil. Also wirklich. Ich hab da richtig viel Spaß dran. Immer noch. Und das nach, ich glaub, Part 8. 9. Oh, Flinten-Munition. Nice. Die nehm ich natürlich... gerne mit und lad auch schon mal den Alie nach. Zack. Das Ganze war jetzt mein Freund. Scheiße, ich kann die alle... Warte mal, den Gewerkschaft hätte ich... ...denk ich... ...au nochmal rauslegen können. Ja, ganz ehrlich, den will ich ja jetzt nicht. Ja, jetzt haben wir 6 Plätze wieder frei. Äh, haben wir noch Bretter? Nee. Oh, okay. Die schwarzen Kollegen halten ein bisschen viel aus. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Scheiße. Jetzt hast du wieder 1 zu 4 verschwendet, ey. Meine Güte, ey. Das ist doch nicht mehr normal. Ich hab noch einen Schuss. Ich hab noch zwei Schuss. Das kann ich eh nisch machen. Oh, meine Güte, ey. Jetzt hab ich ja auch nicht mal irgendwie... Hilfe! Ich hab keine Munition mehr, ey. Das ist doch kacke. Das ist doch richtig scheiße. Soll ich denn jetzt machen? Jetzt mal ohne Witz. Marvin! Oh, nein. Verdammt! Sorry. Warst du was dabei? Warum hat er sich nicht eigentlich selber umgebracht? Ich meine... Der wusste doch, dass er sich infiziert. Warum all... Warte mal. Bin ich noch... Ach. Oh. Heilung. Stimmt. Ein Schuss Pistolen-Munition. Das ist aber nicht so gut, ey. Ich glaube, ich bin kein guter Resident-Evil-Spieler. Eieiei. So, wo geht's denn jetzt eigentlich lang? Wir haben Karo. Da will ich erstmal hin. Zum Dunkelkammerbecken. Komm ich natürlich easy hin. Ähm... Genau, da war ich jetzt. Scheißraum, by the way. Ähm... Da kann ich jetzt lang. Zur Karo-Tür. Äh... Und da oben kann ich weiter. Genau. Gehen wir mal zum Dunkelbecken. Ohne Munition. Oh! Oh fuck! Oh fuck! Ich hab nicht gespeichert, oder? Fuck! Ich hab keine Munition mehr. Scheißdreck, ey. Kannst du untersuchen? Ui, okay. Hä, warum hab ich jetzt... Warum hab ich jetzt zwei davon? Ich hab nichts mehr. Boah, Leute. Bin jetzt ein bisschen am Arsch. Weil wie soll ich denn jetzt, äh... Zum Dunkelbecken, äh... Becken kommen? Fuck. Hätte ich gewusst, dass da... So ein Licker ist, ne? Ich hab nichts mehr. Bin jetzt mal. D Ja. Oh. Alter. So, hier kann ich irgendwas machen. Das weiß ich. Erinnerungsfoto. Ach, das ist dieses Erinnerungsfoto. Wow, was wir ja schon lange gemacht haben. So, was ist jetzt damit? Spinnt in 3F DCM. Devil Cry May. Okay. In 3F. Ah! Das ist er. Da muss ich hin. DCM. Leute, ich werde jetzt hier aber erstmal speichern. Ich mache mal einen neuen Speicherstand, weil... Ich glaube, ich hätte einfach durchrennen müssen. Ich glaube, ich lade das jetzt hier gleich neu. Äh, mit mehr Munition und, ähm... Das wäre, glaube ich, besser. Weil ich habe jetzt gar nichts mehr. Gut, Leute. Dann sehen wir uns morgen zur nächsten Folge von Resi. Zwei haut rein und tschüss.